Hey Leute, hier ist der Alde Maher mit Warhammer 2 Total War. The War and the Punch. Los geht's. Wir werden angegriffen in Burg Carcassonne. Ich war sehr oft davon überzeugt, dass wir das schaffen und das wird auch gut gehen. Oh Gott. Die Orks liegen mal nur eine gute Schlacht. Ist egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Leider haben wir keinen guten Nachkampffeld, nur einen Schamanen. Und wir haben eine Mauer. Das Ding ist, wir haben alles Nachkaufeinheiten. Die haben halt Seegarde auch. Ich glaube nicht, dass wir... Doch hier, da oben. Zwei. Normale. Oh, die haben viele Türme. Okay. Ich überlege gerade, ob wir Plan B machen. Und Plan B ist... Leider haben wir keine richtigen Nachgoblins. Wiesensticher. Wir machen es erstmal so. Dann kommen hier noch Morgenschützen hin. Hier. 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 Und... Respektier. Wir werden hier verteidigen. Das wird schon funktionieren. Es wird funktionieren. Es wird funktionieren. Es wird funktionieren. Es wird funktionieren. Hier. 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 Mann, die können weit schießen, oder? Oh Mann, das kostet Kavallerie. Sehr schön. Und zurück. Und zurück. Aber super schnell, bitte. Und zurück. Ich finde das blöd, dass die Turmen in mir nicht permanent gehören. Machen wir mal schnell. Die schaffen das wirklich alle. Das dauert ja mal 10 Jahre, bis sie das dann schaffen. Der Weg zu kommen. So. Ja. Haben es alle geschafft. Unfassbar. Zwei Mal. Steck ihn erst in den Angreifer. Ja. Na, dass die erst mal alle antanzen. Na, wir werden jetzt gut einen Beschuss bekommen. Wir machen aber jetzt nur den hier mit den Bomben. Weil das schwächt ja die Angriffsgeschwindigkeit und so. Aber am besten auf die da. Auf die da alle. Auf die da. Dann bewegen die sich nicht, ne? Ne. Boah, sehr schön. Boah, sehr schön. Fokuss. Mal auf die da. Mal auf die da. Schaffen das schon. Einfach halten. Boah, ich kann auch mal angreifen hier. Okay. Genau, schön fokussen. Der da. Wo ist denn ihr Anführer denn? Seht ihr den? Ja, wer weiß schon. Hauptsache ich bin hier. Okay, umrunden wir mal kurz. Achter, die schießen so weit. Weiter runter. Geht in schnell! 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 die bogenschützen an sehr schön Die ästlichen Elfen! Raus aus meinem Land! Guck mal, die ganze Cavalry ist auch noch da hinten. Da ist er! Oh Gott sei Dank, die KI ist verbuggt. Gott sei Dank! Komm bestimmt dann auch noch. Schaffen das! Ja, schön. Schaffen die? Schaffen die? Stellen wir uns mal da oben drauf, wenn es geht. Jetzt kommen sie. Da müssen wir jetzt schnell helfen. So, mit der Herr. Das war's! Dann noch ein bisschen ablaufen hier. Abreiten kann ich ja nicht. Blöde Kuh rennt wahrscheinlich um ihr Leben. Jo. Lustig, dass sie mal auch hier abhauen können. Da. In die Stadt. Da war da eine. Okay, sehr gut. Das war doch cool. Set was, wäre gut. Okay, dann können wir die jetzt mal mit Grom abfangen. Wenn da noch irgendwas übrig bleibt. So, das war Yvresse. Girohus. Hat, ähm... Vor der Burg gewartet mutig. Eine Versagerin. Der Anführkunst. Ich warte hier, mein Kleid wird sonst dreckig. Äh! Und sie wartete vor den Toren. Oh, das Gelt. Da ist sie. Mia, mia, mia! Oh, oh. Oh, nein. Oh, Mann. Ich hab mir auch nie dieses Atombum gesehen von den, äh, Skaven. Búbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbú. Estalia ist down. Zähne ziehen. Mehr Kohle, weil die, bei denen ist ja Kohle Zähne. Äh, Moschas, Wildschweine. Da müssen wir jetzt, machen wir Heilpilze, so ist auch immer cool. So, jetzt geht's langsam hoch, aber noch nicht schnell genug. Oh, Aura Größte Führerschaft plus 75%. Lol, 9% Goblinheiten. Alter, diese Goblin Boosts. Okay. Was geht mit dem denn jetzt? Brüller, Aura Führerschaft. Machen wir mal inspirierende Gegenwart. Und der hier, geht erstmal ganz schnell bei ihm rein. Wir warten damit noch. Na toll. Ja, Alter, die Elfen hassen mich. Ich muss hier alles auslöschen und schnell darüber gehen. Die Taten, die grünen Leute werden auf den Narben in der Geschichte den Menschen hinterlassen. Und euer War hat seinen Beitrag geleistet. Menschenstrophäe. Da große Menschenstrophäe. Woher haben wir die Menschen? Ach so, wir haben ein Bod... Ja, Ja, ja. Big as an Ork. Was, wenn ich jetzt hier rausgehe? Ah, das wird schon gehen. Machen wir jetzt Bironne noch tot? Wir machen mal hier einen rein. Ein... Was sind denn nur Goblins-Jamanen? Ach. Ach so, das ist jetzt sortiert, das ist ja geil. Kacke, Eisenkiefer, machen hier Goblins. Äh, bei diesem ja auch momentan am pushen. Und zack! Sehr schön. Squigs! Super Squigs! Super Squig! Explosiv! Gegen... Ach so, warte mal. Die explodieren. Komm, die packen wir mal bei dem rein, weil der kann ja... Ich kann auch Squigs... Squigs ja... äh, pupsen, wollte ich sagen. Boosten! So, und da ist unser... Sehr schön. Jetzt haben wir auch noch gute Nachkampf-Helden. Na, noch nicht. Aber soll ja. Oh, da kommen sie hoch. Scheiße. Nein! 300! Hier ist ein 300 für den Frieden, ey. Ich fass es nicht. diese Wilden. Weiter. Ah, müssen da auf jeden Fall noch was reinklatschen. Wir sehen ja nicht, mit was die... Oh, was ist denn da los? Scheiße, das habe ich nicht gesehen. Mann, jetzt sind sie wieder über die halbe Karte am Rennen. Okay. Jetzt müssen wir denen hinterher. Jetzt machen sie wahrscheinlich mal wieder irgendwas platt. Da müssen wir mit unserer Hauptarmäe hinterher. Machen wir erst mal Brionne platt. Frieden verhandelt, Mittelland, Reikland. Oh, er kommt zurück. Oh! Oh, danke schön. Alter, das sind viele Bogenschützen. Die entbehrlichen Bauern. Eleonore le Marechal. Eleonore le Marechal. Hauptsache, sie hat Kriegsmake-up aufgetragen. Weißt du, was wir mal agromäßig... Entweder warten wir, lassen alle auf einmal ankommen und machen die alle auf einmal platt. Was ich glaube, eine gute Idee ist. Wo haben wir denn am besten freies Terrain? Am besten hier links. Wir lassen die sich sammeln und dann machen wir in einem platt. Ich mache jetzt hier keinen Corner-Campen. Ich würde die einfach nur kommen lassen. Werden sie überhaupt einzeln kommen? Wir werden es jetzt sehen. sind sie nicht süß? Ich liebe sie. Lange leben die Goblins. sie sind aus. Sie sind vorbein! Sie sind vorbein! Blah, 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 blah. Der Beste. Achso, wir wollten das schnell machen. Ich glaube, sie kann eben... Ich glaube, sie weiß nicht, was sie tun soll. Sonst greift man einfach an und gut ist. Aber eigentlich sammeln die sich ja. Aber das ist ein noch krasser Stonehenge. Guck, es trägt noch eins. Es trägt noch einer. Und da sind diese hässlichen Bogen von denen. Also, ich würde ja niemals da oben wohnen wollen. Da. In diesem freifliegenden Türm. Oder da. Das ist ja gestört. Jetzt kommen sie auf jeden Fall. Wie sie bewegen sich auf jeden Fall. Dann bewegen wir uns auch schon mal. Wir müssen echt schnell sein. Wir warten jetzt mal hier. Kommt schon, ihr Trantüten. Ich glaube, das geht so schnell. Sobald wir aufeinander getroffen sind, müsste es vorbei sein. Pass auf. Und gleich fliehe ich. Und das war die Geschichte von Grom, dem mächtigsten Fettsack. Immortal Empire. Okay, wir greifen an. Ich bin zu faul. Nicht blöd. Ah, jetzt kommen sie. Und. Los. Okay, und die gehen ins Zentrum einfach. Der auch. Oh man, sie haben Bienenkämpfer da. Und los geht's. Das war's. Oh, zu fliehen schon. Oh, das hab ich nicht gesehen. Ja, bescheuerten Bogenschützin sind aber noch alle aktiv. Mach die Bogenschützin. Oh, sehr schön. Was war's? Der klettert zusammen. Weiter hinterher. Man, die sind so schnell, die Trolle. Und das war's. Aber die KI, das war ja schon eine bescheuerte Rekrutierung, also das nennt mich ja schon stark irgendwie. Also ich dachte, dass die das mittlerweile gefixt haben, dass nicht so scheiße rekrutiert wird. Nur Bogenschützen. Ich meine, ich hab jetzt echt gegen wenig Kablerie gekämpft und die Methoden, das ist ja denen ihr Hauptding, ja? Naja. Beschwer ich mich mal nicht. Guck mal. Alter, ich hab noch nie Goblin gehabt, die so viel töten. Bestimmt schon, ja, aber... Guck mal, er hat schon... Er allein hat 166 platt gewalzt. Anders kann ich's nicht nennen. Als platt gewalzt. Bräuchte den Rest nur so einnehmen. Mal kurz drüber rutschen. Drüber walzen. Oh, da kommt... Alter, da kommt... Was ist... Was kommt da? Uh, was kommt denn da? Uh, da kommt noch mehr! Oh je. Okay. Trotzdem muss jetzt schnell Pryono platt gemacht werden. Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Das muss ich auch so schnell einnehmen. Okay. Ja, wir haben schon hier ne extra Mäh. Pass auf, die muss jetzt nach Norden. Ah, dann machen wir... So. Okay, wir müssen das da einnehmen. Mit dem haben wir das da Platz. Da, 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 da. Wir müssen mal das jetzt da rein. Oh, jetzt verliegt da oben wieder die wunderschöne Festung wahrscheinlich. Da ist die Garnison wahrscheinlich noch nicht mal auf Trab. Richtig. Wird nur belagert. Warte, hä? Boah, Sam. Wird belagert. So. Mal schneller marschieren. Ist die Frage... Ja oder nein? Nee, lieber nicht. Lieber nicht! Aber ich muss hier aufhören, Leute! Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge bei Total War Warhammer. Und bis dahin wie immer. Haut rein, Leute! Peace. like các wie Bis zum nächsten Mal.